Das ist ein tolles Signal. Ich war vor neun Jahren bei der Eröffnung letztlich am Markt drüben und damals haben viele gesagt, geht das? Kann man Kinderschuhe in Forst tatsächlich so anbieten? Der Erfolg ist da. Es hat allen gezeigt, es lohnt sich in Forst aktiv zu werden und in Forst selber auch Geschäfte zu eröffnen. Prima.